König Charles verpasst das Osterrissen, während er sanfte Schritte in Richtung königlicher Rückkehr unternimmt. König Charles hat seinen Gottesdienstbesuch am Ostersonntag bestätigt, aus gesundheitlichen Gründen mussten jedoch einige Anpassungen vorgenommen werden. König Charles wird an diesem Wochenende nicht das traditionelle Mittagessen am Ostersonntag auf Schloss Windsor ausrichten, da er sanfte Schritte in Richtung einer vollständigen Rückkehr ins öffentliche Leben unternimmt. Bei dem König wurde Anfang des Jahres Krebs diagnostiziert und er hat sich eine Auszeit genommen, um sich behandeln zu lassen, obwohl er die königliche Familie beim Mettensgottesdienst in der ST. George Chappell-Leiton wird Punkt am Tagebuch seiner Majestät wurden Änderungen vorgenommen, da er zum ersten Mal öffentlich auftritt, seit die Nachricht von seiner Krankheit bekannt wurde. Es mussten Anpassungen vorgenommen werden, damit er Menschen außerhalb der Kapelle begrüßen kann. Es besteht die Hoffnung, dass er den Spaziergang vom Schloss aus mit weniger Familienmitgliedern antreten kann, um den König davor zu schützen, dass er anderen zu sehr ausgesetzt wird. Seine Sitze und die von Königin Camilla werden ebenfalls vom Rest der Gemeinde in der Kapelle getrennt sein, während Ärzte den König darauf vorbereiten, im Sommer hoffentlich weitere Aufgaben zu übernehmen. Wenn alles nach Plan läuft, wird man Charles am Sonntag sehen, wie er mit der Königin zur Kirche geht und sie durch die Galiläa-Viranda betritt, und wenn das Wetter gut ist, wird er in der Lage sein, eine kleine Menschenmenge aus der Ferne zu begrüßen. Dieser Easter-Light-Ansatz bedeutet, dass er weder an einem Empfang nach dem Gottesdienst teilnehmen noch ein Osterrissen in Windsor ausrichten wird, obwohl eine königliche Quelle gegenüber The Telegraph sagte, sein Besuch in der Kirche sei ein Zeichen dafür, dass die Dinge in die richtige Richtung gehen. Andere Quellen haben die Pläne als Umdrehen beschrieben, um zu seinem gewohnten Aufgabenprogramm zurückzukehren, einschließlich des Treffens mit einer größeren Anzahl von Menschen. Der Buckingham Palace hat nicht genau bestätigt, welche Mitglieder der königlichen Familie am Ostergottesdienst teilnehmen werden, die Whaleses werden jedoch nicht anwesend sein. Prinz William, Prinzessin Kate und ihre drei Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis werden den Anlass stattdessen privat begehen. Diese Nachricht kommt, nachdem am 22. März bekannt wurde, dass die Prinzessin von Whales selbst Krebs hat und sich einer vorbeugenden Chemotherapie unterziehen wird. In den vergangenen Jahren saßen die Royals zu einem üppigen Osterbraten-Dinner zusammen, wobei auch luxuriöse Ostereier von ihrem Lieblingsschokoladier Carbonell at Walker zur Hand waren. Der ehemalige königliche Koch Darren McGrady sagte gegenüber OK. Magazin über das, was auf der Speisekarte stand, wir gingen direkt zum Hauptgericht, einem traditionellen Lammbraten mit Gemüse der Saison und fügte hinzu, dass die verstorbene Königin Elisabeth ihr Fleisch lieber durchgegart hatte, also bekam sie natürlich die erste Wahl. Er fuhr fort, es gab auch einen zusammengesetzten Salat, der in einer am Teller befestigten Nierenschale serviert wurde, nur etwas Salat und Gurke mit etwas Minze oder etwas geriebener Karotte und Koriander. Punkt für ihren zweiten Gang erhält die Familie Käse und Obst, wobei der Käse vor Ort von der Windsor Dairy in der Nähe des königlichen Hauses geliefert wird. Punkt für den Increenlethow Untertitelung des ZDF, 2020